Herzlich Willkommen bei Gronenburg TV, bei mir steht Rikje Panuschi. Heute zwei Tore gemacht, bist du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ist okay. Ich kam in die zweiten Halbzeit rein und natürlich haben wir auch schwere Beinehalter von gestern für den Felbertspiel, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe zwei Tore gemacht, jetzt zweite Halbzeit 5-0 gewonnen. Ja, und so kannst du ruhig weitergehen. Apropos Beine unter der Woche, beim VfB hast du ein bisschen angeschlagen mit dem Fuß. Wie sieht es aus? Ja, jetzt geht es wieder. Es hat noch ein bisschen Blau über dem Fuß und bei jedem Schuss zinkt das noch ein bisschen, aber spielen kann ich doch und das ist das Wichtigste. Sonst geht es eigentlich. Jetzt sind zwei Wochen in der Vorbereitung rum. War es schon hart jetzt? Also man merkt jetzt langsam, die Beine werden müde und das Training war super bis jetzt. Ja, wir haben jetzt viele Spiele hintereinander und man merkt schon ein bisschen auch die Kondition und das Körperliche macht halt nicht mehr so viel mit, wie man es sich vorstellt, aber immerhin ist es noch zwei Wochen. Wir haben noch weitere zwei Wochen vor uns. Und ja, wenn die dann fertig sind, dann müssen wir fit sein für die Meisterschaft. Das ist das Wichtigste. Gut, dann bedanke ich mich und wünsche noch eine schöne Vorbereitung. Dankeschön. Tschö. Ja, Ralf Kressen, heute 5-0 Berlin gewonnen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel? Ja, wir haben heute mal eine zweite Gerade getestet. Die jungen Spieler, die jetzt bis jetzt nicht so oft am Anfang angespielt haben. Natürlich war es am Anfang schwer, weil der Gegner gut dagegen gehalten hat, aber wir wussten auch, dass die müde werden und dass wir dann unsere Tore machen. Und dann ist es auch hinterher standesgemäß ausgegangen, das Spiel. Gestern das Spiel, wie hat Ihnen das gefallen in Felbert? 1-0 unglücklich verloren? Gut, unglücklich. Im Fußball gibt es eben so Spiele, wo man mal nicht aufpasst und dann bestraft wird, ja. Was uns geärgert hat gestern war, dass wir unsere Torchancen, die wir uns gut rausgespielt haben, nicht verwertet haben. Im Defensivbereich haben wir fast gar nicht zugelassen gestern, ja. Und deswegen war es eine gute Einheit gestern und heute und dafür haben die Jungs einen Tag frei und dann sollen sie mal genießen, ja. Wie lief die Vorbereitung bis jetzt aus deiner Sicht mit den vier Freundschaftsspielen, die wir bis jetzt hatten, mit dem Training? Also die Jungs sind alle mit Begeisterung beim Training dabei. Wenn wir Vorgaben geben, die werden zu 100% erfüllt. Und dass sie dann nach 14 Tagen, Stand heute, ein bisschen müde werden im Spiel, ist eine ganz normale Kiste, weil wir müssen am ersten Spieltag fit sein und nicht nach 14 Tagen der Vorbereitung, ja. Gut, dann wünsche ich noch eine schöne Vorbereitung und bedanke mich für das Interview. Kein Problem, danke.